Liebe Facebook-Freunde, ein erfolgreiches Jahr 2016. Mögen alle eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Wir haben jetzt wieder eine Verlosung gehabt von Patrick Kelly. Die hat vorgestern sein Ende gefunden. Und wir haben wieder einmal alle hier in die Boxen geschmissen. Wir werden wieder drei mitziehen. Und das noch auf unserer Facebook-Seite stellen. Bitte meldet euch dann einfach über unseren Messenger. Und wir schicken euch selbstverständlich die Konten wieder zu. Holen wir nicht lange runter. Wir fangen einfach mal aus dem Zirn. Und dann möge der Glücklichere gewinnen. Daniela Walzer. Daniela Walzer ist die erste. Gratuliere. Daniela Holzinger. Heute haben wir es mit den Danielas. Und die dritte. Die Barbara Wächter. Barbara Wächter. Gratuliere. Daniela Holzinger. Und Daniela Walzer. Alles Gute. Und wir schicken euch in den nächsten Tagen die Konten zu. Bitte vergesst ihr, dass uns kurz auf die PIN schreibt. Alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.